Hallo zusammen, ich bin Levin und mache meine Lehre als Informatiker, Fachrichtung Applikationsentwickler beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation. Ich nehme den heute mit auf meinen Berufsalltag und zeige dir, wie spannend der Beruf Informatiker ist. Ich konnte hier schnuppern im BIT und es hat mir mega gefallen und ich war voll überzeugt, mich hier zu bewerben. Wenn man die Lehre beim BIT macht, dann ist man das erste Lehrjahr im BBC im Basislehrjahr und ab dem zweiten Lehrjahr arbeitet man dann beim BIT. Ich sehe sehr grossen Vorteil im Basislehrjahr im BBC, weil man dort die Theorie lernen kann, die man dann im BIT in die Praxis umsetzen kann. Wenn man ein bisschen Stress in der Schule hat und Zeit zum Lernen braucht, dann greift das BIT einem unter die Arme und gibt dir die nötige Zeit zum Lernen. Aus Informatiker beim BIT programmiert man in einem Team, bespricht zusammen und ab und zu zusammen das Kaffee nehmen. Im BIT wird man von Anfang an aus vollständigen Mitarbeitern angesehen, kann über Rechte mitschaffen und da kommt so sehr viel Verantwortung. Wir Lernenden haben sehr gut zusammen im BIT. Wir gehen oft zusammen zum Mittagessen und haben auch verschiedene Anlässe im Jahr, die nur für Lernende sind. Wenn man die Lehre im BIT macht, dann bekommt man ein Laptop, ein Handy, mit sieben Wochen Ferien und dann kommt es Alltag. Ich hoffe, ich habe dir einen guten Einblick gegeben in den Berufsalltag als Informatiker beim BIT und das würde mich mega freuen von dir zu hören.